hallo wanders leute hallo pferde leute ich stelle euch heute den rudy hoffmann fahrt vor zu fährt ist das natürlich so eine sache weil da unten eine brücke ist zu fuß auf jeden fall gut zu bewältigen und sehr sehr schön und hier bei der begrüßung filme ich gerade mit 4k aber folgt mir jetzt einfach mal auf diesen unheimlich schönen verwunschenen fahrt noch bin ich auf der eibach straße wenn ihr dieses stromhäuschen seht wisst ihr dass ihr richtig seid geht halt immer gerade aus und macht es genau wie ich und geht diesen rudy hoffmann weg über die brücke da unten wo wir früher auch oft mit den ponys drüber sind aber bei den pains wie wegen eine ganze ecke mehr seitdem machen was nicht mehr und das ist halt ein schöner fußweg schöner als hier geradeaus zu ruine zu kommen wo ich auch geritten bin lieber hier runter über die brücke über den bach drüber da geht die luci gerade über die beiden brücken drüber geht er ins wasser rein spielkind und wenn ich mal mit den pains hier bin dann reite ich eigentlich hier quasi durch sind die zwar auch nicht so begeistert von aber mit so schweren pferden über so kleine brücken aber idyllisch ist es schon und vielleicht finden sicher sogar ein paar wanderer die meine videos gucken das ist halt wirklich unheimlich toll jetzt geht es da diesen berg hoch ein trampelfad muss sie im wasser ich zeige euch noch eben wo ich dann ins wasser rein gehen würde mit zu pferde und zwar wäre das hier also bis jetzt sind sie eigentlich immer hier ganz gut durchgegangen da vorne ist es nicht ganz so steil aber hinten im schlamm haben sie mal ein bisschen theater gemacht aber das ging kommt halt aufs pferd an und klitzekleine pferde kriegt man auch über die brücke und da stängelt sich das bächlein hier so durch die landschaft da oben ist die straße richtung eibach und wer hier lang geht kommt im endeffekt auch in eibach an schöne sich die ich euch unbedingt noch mal zeigen will da wieder das bächlein unten und hier geht es den pfad entlang richtung ruine eibach da oben habe ich auf dem hinweg gestanden und habe euch den bach gezeigt und so sieht das halt von hier aus also man sieht es ist ganz nah vielleicht so 30 meter da hinten rüber könnte mit der gopro natürlich durch den weitwinkel jetzt in einer größeren entfernung aussehen aber es ist wirklich nicht weit da vorne wo der baum liegt geht der weg eigentlich weiter was bin ich froh dass ich das pferd zu hause gelassen habe hier gibt es dann auch letztlich zwei möglichkeiten je nachdem ob man nach eibach will da kann man dann auch noch hier diesen unteren trampelpfad gehen quasi links halten das sieht man so ein bisschen seht ihr den durch die bäume da geradeaus durch los hier im vordergrund dann so äste und dann da der weg ich muss euch mal eben kurz was gestehen und zwar bin ich den weg eigentlich zweimal gegangen und zwar einmal bin ich da hoch weil ich ein stück von sagen weg zu fuß gehen musste denn mir noch fehlt der zur pferde halt einfach nicht ging da habe ich euch dann hier auf das gehölz aufmerksam gemacht und hier geht dann der rudy hoffmann fahrt wieder den anderen weg bekommt ihr findet ihrem zirkus und blog kanal als Sagenweg ungekürzt oder ungeschnitten, Sagenweg ungeschnitten, so heißt er glaube ich, in der Playlist mit den Badewannenvideos auch zu finden. Da sind mehrere lange Videos. So, wir gehen jetzt hier diesen Pfad entlang. Ich habe euch dann auch noch, als ich diesen Sagenweg gefilmt habe und eigentlich schon fast an der Ruine Eibach war, habe ich euch noch zwei Alternativwege gefilmt. So, wir gehen jetzt hier. Den Weg oben hatte ich euch da schon gefilmt, der ist halt total matschig. Ich habe jetzt nur solche Glocks an und habe auch keine Lust durch den Matsch da oben zu gehen. Und finde es auch eigentlich hier viel, viel schöner, bis auf die Tatsache, dass wir hier überall Baumstämme haben, die den Weg versperren. Also müssen wir jetzt doch von hier auf den Hauptweg zurück, denke ich mal. Da unten sind die Fischteiche und so ein Häuschen. Kann sein, dass man da mal irgendwann auch geradeaus durchgehen konnte oder auch irgendwann wieder kann. Jetzt im Moment ist es absolut unwegsam. Hier ist dieser Hauptweg, der mir zu matschig war. Und da sind wir wieder. Wir können also anscheinend nicht unmittelbar auf diesen Schotterweg hier gehen. Wenn ihr da seht. Und hier geradeaus entlang kommt hier auf die Kreuzung, wo ich diese Gänse gesehen habe. Oder wo auch die Treppen sind vom Sagenwege und mitten im Wald Treppen sind, wie man dann drei, vier, fünf Stufen heruntersteigt. Und dann erkläre ich euch das einfach mal hier. Und zwar geht ihr dann einfach geradeaus, wenn ihr den Gummistiefel anhabt. Und dann da hinten, hinter dem zweiten Fischteich links, wenn ihr an den Treppen ankommt, seid ihr zu weit gegangen. Und wenn ihr da links gegangen seid, geht ihr rechts wieder auf die Straße. Wie gesagt, zweite Möglichkeit ist da hinten durch, links und rechts. Wir gehen aber hier runter, machen uns einfacher, machen uns die Schuhe nicht so schmutzig und gehen zwischen den Fischteichen entlang. Oberhalb von dem, wo das Wasser rauskommt, ist noch ein klitzekleines Teichlein. Und da habe ich die Tage Gänseküken gefilmt. Und mache euch da eine Eibach-Playlist, weil das alles hier ja in der Nähe von Eibach ist. Hier seht ihr den anderen Weg, den ich gerade über den Pfad erreichen wollte, aber nicht erreicht habe. Da oben ist der Weg, den ihr gehen könnt, wo ich gesagt habe, erst links, dann rechts. Und wir gehen über diese kleine Brücke. Hatte ich schon gesagt, dass diese Aufnahme wieder mit 4K aufgenommen ist und mit der GoPro am Handgelenk. Und endlich bin ich bei diesem Video auch darauf gekommen, dass der kostenlose Movie Maker auch eine Videostabilisierung hat. Und werde das jetzt in Zukunft auch immer mit einbauen. Man lernt ja nie aus. Hier geht wieder so einen kleinen Pfad hoch. Und da wir ja von einem Rudi Hoffmann Pfad reden, würde ich ja mal sagen, das ist der Originale. Und nicht den anderen, den ich euch da gezeigt habe, oder die anderen beiden, weil die sind hier doof. Dann kommt man hier an der Straße raus. Ihr seht, ich bin faul und bin das hier mit dem Auto bis hierhin gefahren, da steht er. Da geht es, wo mein Auto steht, auch zur Ruine Eibach, wenn man da einen kleinen Abstecher machen will. Will man aber zurück zum Schild, muss man hier entlang. Hier müssen wir hoch. Man sieht auch in Trampelfahrt um die Bäume drumherum. Ob da jetzt aber Pferde so drüber schreiten können. Also hier für Galopp ist das, glaube ich, nicht unbedingt geeignet. Es sei denn, man kann ganz kurz einen Sprint von da aus machen. Auffassen, da liegen dann auch Äste. Und jetzt kommen wir da auf den Weg, wo die Lucy ist, wo wir auch zu den Treppen kommen. Wo ich zum einen mit der Fensi mal war. Das Wäldchen geht geradeaus. Und am Ende nach dem ersten Fischteich links oder auch vor dem Fischteich links, um wieder rechts auf die Straße nach Eibach zu kommen. Da lagen neulich keine Bäume. Da habe ich irgendwann mal den Nacki wieder eingefangen. Und das war so. Ich bin mit einer Freundin hier über diesen Weg geritten. Und da waren irgendwo Erdwespen. Irgendwo an dieser Stelle. Wir sind total zerstochen worden. Der Nacki hat gebuckelt. Und ist losgeschossen. Ich bin runtergeflogen. Dann galoppierte der halt los. Und ist dann bis da vorne hin. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, den kriegst du nie wieder. Der Hund kläffte noch hinter ihm her. Dann habe ich gepfiffen und Lacki gerufen. Der ist angehalten. Der hat sich umgeredet und auf mich zu. Eines der schönsten Erlebnisse, die ich mit dem Lacki jemals hatte. Hier, der Blick ist die ganze Länge auf den Rudi-Hoffmann-Weg. Von da sind wir gekommen, als wir diesen Vater am Bach entlang entlang gegangen sind. Und man kann halt hier bis zum dritten Fischteich, der im Moment ausgetrocknet ist, gehen. Und dann links, also geradeaus, geht es zu Treppen. Da kommt ja nicht zur Ruine-Eibach, sondern da links. Und danach rechts hinter dem Teich zur Ruine-Eibach. Und jetzt mal mit dem Auto die Handgelenkskamera. Von hier aus sieht man ja den Rudi-Hoffmann-Fahrt. Und ich darf jetzt keinen Gegenverkehr bekommen, wenn ich das auf dem Rückweg mal von hier filme. Ich experimentiere mir hier einen zurecht. Da sieht er, wie er bergab geht. Hoffe ich. Also ich sehe das hier. Aber meine Augen haben ja keinen Weitwinkel. Da ist jetzt das Schild von hinten. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt noch dann, guckt euch die Playlist an und die Aufnahmen, die jetzt im Video keinen Platz gefunden haben. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö.